Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable und in der Horses App ist ein neues Pferd aufgetaucht, denn es fehlte ja noch genau ein Pferd, was offen war und wir gucken uns jetzt mal an, ob wir das Ganze jetzt hier schon drin haben. So, hier haben wir es, oh mein Gott, das Wage Podio, das ist so mini, Dust Rocket, lassen wir es einfach gerade mal so, oh mein Gott, ist das mini, oh Gott, wie süß ist das denn, Hilfe, oh mein Gott, das ist ja wohl mal mega süß und ja, die Farbe gefällt mir auch wirklich gut, ich habe die gar nicht so auf dem Schirm gehabt, die Farbe, Moment, wir haben außen, wir haben innen einfach Winter und außen haben wir es richtig schön hier, oder ein, ja, ist ein bisschen kalt da drin vielleicht, oh je mini, den müssen wir auf jeden Fall, werden wir uns das, ja doch, jetzt muss ich mir doch das aus der App holen, es ist einfach mega cute, über eine Art her, es gefällt mir wirklich gut, so, ich fände es aber immer noch mega nice, wenn man die Pferde auch aus der App einfach für eine gewisse Zeit auch einfach im Spiel, irgendwie beiß ich da vorbei, daneben laufen hätte, also so wirklich so wie so ein Handpony, oh man, so, aber auch gerade, dass es einfach als, als ausgewachsenes Pferd einfach genauso groß ist, das ist einfach so cute, oh man, das sieht einfach schon in der Vorschau mega, mega süß aus, wir gucken einmal gerade uns das Ganze nämlich nochmal an, so, ich glaube wir können einfach nach links gehen, dann dürften wir glaube ich deutlich schneller sein, ja, also super, oh mein Gott, schaut's euch an, oh mein Gott, das ist mega, mega süß, an der Art her, es ist einfach so klein und cute, oh mein Gott, so, dann geben wir ihm mal noch ein bisschen Futter, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch der Apfelschimmel gut gefällt, aber wie euch ja gerade gut gefällt, wie euch der Apfelschimmel gefällt, oh mein Gott, ich finde ihn einfach mega, ich finde ihn einfach nur mega süß, oh, weil sie die Bürste überhaupt nicht, und wir müssen definitiv mal hier unsere Deko, unsere Deko ändern, das ist einfach, winterlich passt gar nicht gerade, ähm, Moment, hier, hier, aber machen wir, oh Gott, das ist doch schon mal schön, ja, perfekt, ein bisschen Frühling einziehen lassen, ja, bis dein Feini, so, dann versorgen wir unseren kleinen, der übrigens grüne Äpfel mag, perfekt, ist ja gleich doppelt sympathisch, ja, der Hintergrundkolle ist ja auch wirklich schön, von der Art her, die Frühlingsvariante, und, so, dann ein bisschen bürsten, so, dann wackelt der ganze Monitor bei mir, ja, und die Hufe auskratzen, äh, ja, ja, so, und dann machen wir nochmal unsere erste Außenübung, so, und dann macht sich doch unser Pony schon, das sieht alles so mega klein aus, auch auf die Entfernung nochmal, so, und schon haben wir es auf die nächste Stufe gebracht, nein, also, mir gefällt so eine Optik her wirklich, wirklich, wirklich gut, ich bin gespannt, was ihr zu dem Pferd sagt, wie gefällt es euch, holt ihr es euch, und dann sage ich danke fürs Zuschauen, und bis zum nächsten Mal, ciao, ciao. ! Untertitelung. BR 2018